Hallo und herzlich willkommen zurück zu neuen Part-Fresh, wenn du Q2 Cortex schlägst zurück. Oh, das ist ein ganz schwieriges Level. Komm, ich schaff das. Ich schaff das. Ja! Komm, 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 beim ersten noch, beim ersten noch. Ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht sterben. Ah! Yay! Boah, beim ersten Mal sofort geschafft, das ist doch geil. Oder nicht? Ich weiß nicht mehr, wenn ich die Runde, äh, mit meinem Bruder, also dort, bei diesem End... ... dieser bösen, den ich da gemacht habe. Hier habe ich wirklich kein Leben verloren. Kein Leben, meine Freunde. Ja, und mir fehlt nur noch sieben Leben, dann, ähm, ja... ... um... ... 450. Fuuuck. Noch mal. Ach, was das ist... ... wof, 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 wof... ... wof, 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 wof... Das hier ist ein schönes Level, ich mag es sehr, 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 seht ihr das nicht, nein, das seht ihr nicht, deshalb kommt doch mit, kommt doch mit in das Licht, yeah. Das macht sich Spaß, denn das ist so toll, und ich mag es, das ist so voll, wenn du weißt, dass hier ist das normal, deshalb komm doch zu mir, ich bin Imperial, yeah. Ja, aber komm, oh Gott, jetzt bewegen die sich, hat sich bewegt, nein. Ja, ich hab wieder einen Schimpost gesagt, nein, nein, passiert, Brendon, passiert, hier auch mit, ja, ich wusste es. Ich bei mich, ja. Oh, gut. Hallo. Hallo. Bo Dragon. Boah. 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 Bumper oder Bumper? Egal. So. Nein! Nein! Nein, ich habe das nicht gerade wieder reingeschmitten. Das war echt doof gewesen. Veräugnung für mich. Wieso drücke ich da nicht Kreis vorher? Weil ich sehr intelligent bin. Jetzt aber. Oh, Mann. Am wenigsten bleibt das Glückchen noch. Äh, Glückchen. Das Glühwürmchen noch, wenn ich tot bin. Das ist cool. Oh, scheiße. Also. Annen Sieg. Äh, so war. oh mein gott diese glühwürmer glühwürmchen erinnert mich an und die nerven den nervigsten charakter finde ich immer noch bei resident evil 4 ich habe eine idee vielleicht klappt das ich weiß auch nicht machen wir mal dann habe ich etwas länger nicht das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut mothafucker Das war's. in den da er in der der habe ich alle 2 warum und 9 sehr sehr belastend sehr belastend rocket als nächstes kehre die flug auch wieder eins wie viele fehlen uns noch zwei also das und noch eins ja hier muss ich auch gucken wo dieses jetzt immer noch nicht so ganz drauf jetzt ja hier bin ich fast still weil ich mich konzentriere dann somit halt nein das war ich möchte jetzt nur knüppeln bitteschön oh fuck nicht an den kabel dran super weiß bescheid ja komm man kann auch da durch komm mal du Arschloch ok nicht hier an der Gabel hier müsste doch auch irgendwo ein hm hm wo ist hier der Kristall das ok irgendwo neben ein Rohr wenn ich das da richtig in der in der Erinnerung habe kommt eigentlich näher da ho wie geht was e we Hm. Da ist er, da bist du. Okay, gut. Na, alle? Yeah! Schon wieder alle. Goal. So. Jetzt schön da drauf. Oh. Leike. Rock it! Eine Rock ist vielleicht? Okay. Piston... Piston it away? Hm. Dann habe ich, glaube ich, äh... Drei Level einmal mit Coco gemacht und eins mit Crash. Äh, und zwei mit Crash. Nur der End-Boss wieder mit Crash. Oh Gott, hier finde ich wieder locker. Voll viele Löwen. Egal. Am besten nicht sagen. Okay. Kräftig saugen, ja. Du bleibst nur so. Okay. Du bleibst nur so. Warum bleibst du? Okay. Okay. Und der geht auch nicht so. Du bleibst nur. Okay. Okay. Er bleibt auch so. Oh nein. Oh nein. Ja, er hat der Checkpoint. Ah, und der geht. Und der bleibt die ganze Zeit so. Der auch. 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 Bestimmtes Leben. Noch gar kein Leben, aber dafür wirklich viel Bumpass. Nein. Das war das wirklich. Nein! nah na Oh Gott. Okay, oh, checkpoint. Schon. Und da? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, super. Und Bonusrunde. Na, super. Ja, sofort runter. Gay-Pfeiler. Ja, super. Da 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 ja super und ich finde sie soll wieder zurück oder ja machen wir mal jetzt schon ganz hinten bei der bonusfunde so eine kiste eine kiste ok scheiße oh gott ja Nein! Das ist bestimmt fast das Ende, ey. Nein! Nein! Verdammte Fakze. Was zum Fick? Wollen wir das so knapp? Na jetzt aber. Oh Gott. Giener. Oh Gott. Hm. Super. Egal. So. Letzte Runde. Das bedeutet, ich darf bei Cortex nur einmal sterben. Beziehungsweise gar nicht. Ja, mein Plan ist fast abgeschlossen. Und das verdanke ich dir, Crash Bandicoot. Entschuldigung. Was ist los? Was passiert da? Stehen sie etwa unser Signal? Crash, Cortex will mit den Kristallen nicht die Planetenenergie eindämmen. Er will sich für den super Cortex Vortex nutzen, den er auf seiner Raumstation gebaut hat. Mit nur einem Schuss würde der Strahl die ganze Welt erfassen und alles zu Cortex willenlosen Sklaven machen. Crash, er darf die Kristalle nicht bekommen. Jetzt meine ich fällig, Dr. Neo Cortex. Ich muss schädigen sein Jetpack um ihn. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Eins. Zwei. Nein. Oh, ich dachte ich sterbe. Mal wieder. komm 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 nein nein ja gewonnen allerdings kann ich hier nicht sterben was irgendwie bleibt stehen bleibt er nicht stehen oh 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 dann bleib doch nein 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 scheiße nein nein konzentriere dich nein komm komm nein einmal noch einmal noch nein schon Ende oder fuck ach nein jetzt aber Nein. 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 Fick der Fick Scheiße. Ich wollte keine Beleidigungen. Geil. Und schon wieder nochmal zu vorne. Mieser. Mieser. Ja. Super, schon am Anfang am Kleben. Nein. Mieser. Ich hab den getroffen. Ok Leute, ich mach hier einen Schnitt und dann sehen wir uns wieder zu Crash Bandicoot. Codex Sweatback. Ciao.